Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcast. Episode Nummer 29 heute und es geht um das Thema, wie ihr es im Titel schon erkennen konntet, das Fahrrad. Und das Fahrrad, das ist ja wohl eine der tollsten Erfindungen der Menschheit. Wir können klein, leicht und mobil sein und das gleichzeitig über eine sehr, sehr lange Strecke mit sehr geringem Kraftaufwand. Zumindest wenn man es mit dem mobilen Fortbewegungsmittel Füße vergleichen würde. In diesem Sinne kann man sagen, dass das Fahrrad natürlich eine tolle Errungenschaft ist und dass man dieses Thema hier auch gleich wieder beenden könnte, weil was gibt es denn am Fahrrad zum Kritisieren? Aber ganz so einfach ist das leider nicht. Denn das Fahrrad, das hat sich über die letzten Jahre von einem praktischen Fortbewegungsmittel zu einem Hobby, zu einer Leidenschaft hin entwickelt, die dementsprechend auch natürlich von einer Industrie und von einem Markt bedient wird. Und warum das Ganze so ein bisschen zusammenhängt, naja, dazu können wir jetzt gleich mal kommen. Die Industrie, genauso wie im Bergsport, ist mehr oder weniger eigentlich dafür verantwortlich, was gerade der heiße Scheiß ist, was gerade in Mode ist und was die Leute unternehmen oder kaufen oder konsumieren wollen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass viele Firmen oder die meisten Firmen natürlich mit geschicktem Marketing versuchen oder versuchen wollen, Zielgruppen dahin zu lenken, dass sie ihre Güter auch kaufen oder konsumieren. Und gerade bei Fahrrädern im Verhältnis zu Bergsport ist das ein extrem lukratives Geschäft, da Fahrräder mehr oder weniger günstig hergestellt werden können, aber zu sehr, sehr hohen Preisen verkauft werden können. Natürlich gibt es bei Fahrrädern auch qualitative Unterschiede, das ist genauso wie im Bergsport bei Bergschuhen oder bei Pickeln oder bei Steigeisen, so dass wir von guten Fahrrädern und schlechten Fahrrädern sprechen können, aber damit hat diese ganze Industrie im Prinzip zu tun. Sie versucht über verschiedene Preisspannen möglichst viele Menschen zu erreichen, eine möglichst große Zielgruppe abzudecken vom Einsteigerbike bis zum fortgeschrittenen Bike bis zum Profi-Rennrad oder eben dem Profi-Mountainbike. Und den Letzteren, der steckt schon im Namen, dass ich mich eigentlich irgendwie dafür interessieren könnte oder zumindest mich damit auseinandersetzen könnte, was diese Mountainbikes eigentlich mit Mountain tatsächlich zu tun haben. Ich glaube, auf lange Sicht gesehen sollten wir alle uns mehr oder weniger damit auseinandersetzen, dass immer mehr Fahrräder irgendwie in die Alpen drängen und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie diese Personen, die am Fahrrad unterwegs sind, einen Einfluss auf die Berge und letztlich auf uns als Gemeinschaft der Bergsteiger haben können. Gleich zu Beginn möchte ich sagen, dass ich hier natürlich kein Wir-und-Ihr-Gefühl kreieren möchte, sondern dass es zwischen diesen Lagern, die gerne mal eingenommen werden, also zwischen den Mountainbikern auf der einen Seite, die die Wanderer nicht leiden können und umgekehrt, natürlich auch viele Abstufungen, viele Grauzonen gibt, in denen man sich vielleicht auch etwas konstruktiver unterhalten kann, als nur zu sagen, dass die Radfahrer eine Problematik in den Bergen sind oder dass nur die Wanderer eine Problematik in den Bergen sind. Wenn wir uns aber ganz ursprünglich mal mit der Frage beschäftigen, wer war zuerst da, dann ist das natürlich ein klarer Punkt für die Bergwanderer. Man muss natürlich nicht sagen, dass das ein Argument für oder gegen etwas ist, nur weil etwas zuerst da war. Natürlich können Entwicklungen auch dazu führen, dass manche Dinge über die Zeit auch nicht mehr so viel Sinn machen, aber trotzdem kann man sagen, dass der Bergsteiger in den Bergen definitiv zuerst da war. Das Fahrrad, das hatte überhaupt keine Bedeutung im Gebirge. Es war in erster Linie ein Fortbewegungsmittel in der zivilen Gesellschaft. Es war ein Fortbewegungsmittel in der Stadt, vielleicht noch im Flachland, aber eher nicht in den Bergen. Schließlich ist es in den Bergen auch deutlich, deutlich anstrengender, mit dem Fahrrad aufwärts zu kommen und auch nicht ganz ungefährlich wieder runter zu kommen. Insofern hatten die Füße sozusagen immer einen großen Vorteil gegenüber dem Fahrrad. Und das musste man irgendwann auch einfach an den Zahlen sehen, daran eben, dass es Millionen von bergbegeisterten Menschen gibt, die zu Fuß unterwegs sind und nur sehr, sehr wenige, die am Fahrrad unterwegs sind. Den Drahtesel als mobiles Mittel in den Bergen nutzen, das kam in den letzten Jahren aber immer, immer mehr auf. So dass wir heute eigentlich sagen können, dass es fast genauso viele Fahrradfahrer in den Bergen gibt, wie es zum Beispiel Sportkletterer gibt oder Alpinkletterer oder Klettersteiggeher. Wahrscheinlich ist diese Gruppe noch nicht ganz vergleichbar mit den Bergwanderern. Alleine deshalb, weil die Infrastruktur für das Bergwandern deutlich, deutlich größer ausgebaut ist als für das Mountainbiken. Doch hier, und das kann ich gleich mal vorwegnehmen, gibt es definitiv ein gewisses Interesse der Industrie und vor allen Dingen auch der alpinen Vereine daran, dass man einen gewissen Profit aus den Mountainbikern herauszieht. Aber dazu komme ich gleich nochmal im Detail. In diesem Sinne kann man sagen, dass das Mountainbiken erst in den letzten 10, 20 Jahren tatsächlich in das Gebirge eingedrungen ist. Und davor fand es vor allen Dingen auf den typischen Singletrails, die relativ berühmt sind, irgendwo in Saalbach, Hinterklemme oder so, statt. Und da war das quasi dann als Event aufgeblausen. Aber ein Mountainbiker hat sich selten quasi im typischen Gebirge der Berggeher aufgehalten. Natürlich gibt es auch Bergsteiger, die auf dem Drahtesel unterwegs sind. Und natürlich gibt es auch Mountainbiker, die gerne zu Fuß unterwegs sind. Und da möchte ich hier gleich nochmal sagen, diese Graustufen, man sollte sie natürlich beachten. In diesem Sinne kann man aber sagen, dass das Mountainbiken eine relativ junge Erscheinung ist, dass sie tatsächlich keine historische Vergangenheit mit sich trägt, weil sie relativ wenig mit den geografischen, geschichtlichen, aber auch geologischen Herangehensweisen an das Gebirge hat, wie es das klassische Bergsteigen oder die Expeditionen von früher aus dem 19. und 20. Jahrhundert so mit sich tragen. Insofern, das ist aber kein Vorwurf, sondern das ist einfach nur Fakt. Das Bergsteigen ist also irgendwo auch historisch bedingt, aber natürlich hat es sich über die Zeit natürlich auch zu einem Lifestyle hin entwickelt. Das Mountainbiken hat aber als Lifestyle angefangen, als sportliche Betätigung, als Abenteuer, als Freizeitaktivität. Und daran ist natürlich grundsätzlich überhaupt nichts verkehrt. Und jede Freizeitaktivität mehr im Leben der Menschen kann dazu beitragen, dass diese Leute auch glücklicher sind, vielleicht ein ausgeglicheneres Leben führen können und insgesamt zufriedener sind. Tatsächlich kann man aber sagen, dass nicht alle über diese Entwicklung ganz erfreut sind. Da gibt es nämlich doch einige Kritiker bei den Mountainbikern und dafür muss man sich erstmal anschauen, wie dieser Grabenkampf entstand. Wie so oft entstanden die Dinge nicht aus einzelnen Personen, sondern vor allen Dingen erst, als das Ganze überhand nahm. Die Berggeher, die waren eigentlich ja immer unter sich. Jeder war zu Fuß unterwegs, einer mal etwas schneller, der andere mal etwas langsamer. Und plötzlich dringt eine Gruppe an Menschen in die Berge ein, die mit dem Fahrrad unterwegs ist. Die ist drauf, eher behäbig, muss eher schauen, dass sie auf breiteren Wegen, breiteren Straßen unterwegs ist. Und runter geht es dann richtig, richtig schnell. Deutlich schneller, als die Berggeher bergab sein könnten. Die Mountainbiker können je nach Geschicklichkeit entweder bergab auch eine Forststraße verwenden oder sie verwenden Single Trails, sie verwenden Wanderwege, also ihre Abfahrtsroute. Das kann ordentlich steil sein, das kann ordentlich schnell werden. Und vor allen Dingen ist es sehr energiesparsam, denn in Wirklichkeit muss man nur vernünftig bremsen und lenken können und muss sich nicht wirklich mit dem Aspekt Kraft und Kraftausdauer auseinandersetzen. Zumindest nicht, wenn es bergab geht. Das heißt, eigentlich hat das Fahrrad mehr Vorteile, als es Nachteile hat. Natürlich ist es ein weiterer Ausrüstungsgegenstand. Es ist ein weiteres Tool, mit dem man sich den Berg rauf plagen muss. Und dieses zusätzliche Gewicht, das kann natürlich auch schwer sein. Und wenn es kaputt ist, dann wird es besonders blöd. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn alles ganz gut funktioniert, dann hat das Fahrrad tatsächlich sehr valide Vorteile. Das Mountainbiken ist aber nicht immer einfach nur Mountainbiken. Man muss dafür auch etwas die Hintergründe betrachten. Es gibt diese Downhiller, die quasi mit einer Bergbahn irgendwo rauf fahren und dann einen berühmten Single-Trail irgendwo wieder abfahren. Aber dann gibt es natürlich auch die Enduro-Mountainbiker, die gerne mit irgendwo auf einer Forststraße rauf fahren oder auch auf etwas unbefestigteren Wegen rauf fahren und dann diese auch wieder abfahren möchten. Und erstere sind eigentlich für den Bergsport vollkommen bis relativ irrelevant. Denn gerade erstere bewegen sich in einem Ökosystem, das sowieso komplett touristifiziert ist. Sonst würde es da ja auch keine Bergbahn geben. In diesem Sinne muss man die eigentlich gar nicht weiter besprechen. Das ist ein spannender, mehr oder weniger spannender Sport. Und man kann die so leben lassen, wie sie sind. Sie verändern in der Bergstruktur und in der Gesellschaft der Bergsteiger eigentlich relativ wenig, wenn wir uns mal ganz ehrlich sind. Ob man was mit den Charakteren dahinter anfangen kann und ob man was mit den Menschen im Allgemeinen dahinter anfangen kann, das bleibt jedem selber überlassen. Also ob ein Downhiller jetzt sympathisch oder nicht sympathisch ist, ob er weiß, was er da am Berg tut, ob er den Berg versteht, ob er die ganze Kultur dahinter versteht, das ist eigentlich dann jedem selber überlassen, das zu bewerten. Aber grundsätzlich kann man die jetzt mal, ich sag's jetzt mal ganz hart, links liegen lassen. Interessanter sind die Leute, die tatsächlich den Berg hinauf strampeln und dann sich wieder runterrollen. Das ist nämlich eine Gruppe von Menschen, die immer wieder und vor allen Dingen immer öfter zu Konflikten führt. Und dabei möchte ich natürlich nicht nur dieser Gruppe die Schuld geben, denn die Anspannung ist sehr, sehr groß. Und das betrifft vor allen Dingen Förster und Jäger und Wegerhalter der alpinen Vereine beispielsweise, aber vor allen Dingen der einzelnen Sektionen. Denn der Alpenverein beispielsweise, der hält sich sehr stark zurück mit der Kritik. Nur einzelne Sektionen und einzelne Personen sind immer wieder in den Medien präsent und äußern sich gegen eine Verbreitung des Trendsports Mountainbiking. Jedoch möchte ich auf den Alpenverein hier an dieser Stelle noch gar nicht so sehr zu sprechen kommen. Ich möchte vielmehr über den Konflikt zu sprechen kommen. Ich möchte vielmehr auf die Diskrepanz zwischen Wanderern und vor allen Dingen den Jägern und Förstern, also den Instandhaltern des Waldes, aber auch des Berges und den Mountainbikern zu sprechen kommen. Fangen wir da an, wo die meisten Konflikte anfangen, nämlich bei persönlichen Befindlichkeiten. Der Mountainbiker ist fremd. Er ist in den Bergen insofern unerwünscht, als dass er natürlich etwas Neues reinbringt, vor dem man in erster Linie erstmal Angst haben kann, weil man nicht weiß, was passiert da jetzt. Kommen da noch 10 Millionen mehr oder müssen wir jetzt eigentlich nur mit dem einen leben? Unsicherheit ist immer ein Faktor, der zu Angst führen kann. Und gerade Leute, die in den letzten 30, 40 Jahren problematische Entwicklungen erleben mussten, gerade die sind sehr empfindlich für Veränderungen. Und wer kann es ihnen absprechen? In erster Linie muss man sich damit beschäftigen, was die letzten 30 Jahre passiert ist. Der Berg ist touristifiziert worden. Immer mehr Leute und vor allen Dingen oftmals auch nicht qualifizierte Leute dringen in die Berge, sorgen für Probleme, sorgen für Müll, sorgen für Bergrettungseinsätze und so weiter. Ob diese Masse an Menschen nun insgesamt im Verhältnis zu früher qualifizierter oder unqualifizierter wurde, das ist für diese Besprechung hier erstmal zweitrangig. Denn die Menschen, die hier jetzt Ängste haben und hier sehr empfindlich gegenüber diesen Veränderungen sind, die merken einfach nur, dass die Dinge mehr werden. Mehr Müll, mehr Rettungseinsätze, mehr Probleme, mehr Konflikte mit Leuten, die vielleicht uneinsichtig sind oder mit der Natur nicht so umgehen, wie sie es eigentlich sollten. Nun kommt eine neue Partei vor 10, 15 Jahren ins Spiel, die Mountainbiker. Sie haben sich früher immer nur auf Downhill-Strecken bewegt, auf ausgeschriebenen Strecken und plötzlich kommen sie irgendwie überall hin. Und wie ist das zu erklären? Und vor allen Dingen machen die uns da jetzt nicht irgendwas kaputt? Das Problem ist, dass in der Vergangenheit vor allen Dingen viele Negativbeispiele dem ganzen Feuer natürlich noch einmal Holz nachgelegt haben. Denn, wenn ein Mountainbiker übers Ziel hinausschießt und sich verletzt, dann löst er einen Bergrettungseinsatz aus. Viele Leute sitzen dann zu Hause und sagen, tja, eh klar, das sind wieder diese Mountainbiker. Logisch, die können ja nichts und die passen nicht auf und die brauchen dann unsere Rettungsressourcen und so weiter. Also man gießt dem Ganzen natürlich immer etwas Öl ins Feuer und das macht die Gesamtsituation natürlich auch um nichts besser. Andere Beispiele sind zum Beispiel, dass sich Wanderer auf den Mountainbike-Wegen oder die Mountainbiker auf den Wanderwegen sehr gestört fühlen und beengt fühlen und immer wieder Angst haben, dass sie von einem Mountainbike irgendwo erfasst werden. Ein zusätzlicher Faktor kam dann vor vier, fünf Jahren dazu, als die E-Bikes mehr oder weniger erfunden wurden, aber sich zumindest am Markt etablieren konnten. Die E-Bikes haben insofern eine spannende Entwicklung noch einmal ins Rollen gebracht, als dass sie Geschwindigkeit in die Höhe brachten. Also bei der Abfahrt war ein Mountainbiker immer schon gefährlich und das war auch das, was viele Wanderer immer schon als gefährlich betrachtet haben. Plötzlich wird der Mountainbiker auch im Aufstieg gefährlich, denn er ist schnell. Und die Geschwindigkeit, die sind die Wanderer und Bergsteiger tatsächlich nie gewöhnt, denn sie sind in den Bergen vor allen Dingen darauf gepolt, Ruhe und eine gewisse Entspanntheit wahrnehmen zu können. Und man sieht das auch daran, dass allein schon Trailläufer teilweise sehr erschreckend wirken und sehr, naja, irritierend wirken. Und die sind nicht mal viel schneller, sondern gerade bergauf, sondern nur ein wenig schneller. Insofern ist das E-Bike hier nochmal eine Verschärfung der Situation gewesen. Man hätte es vielleicht, ich meine natürlich kann man den technischen Fortschritt nicht aufhalten, aber man hätte es vielleicht um 10, 15 Jahre verschieben können. Dann hätte man die Leute an die Mountainbikes gewöhnen können und dann wären die E-Bikes wahrscheinlich kein großer Schritt mehr gewesen. Ich kenne die Verfechter der Kritik. Ich kenne die Leute, die sagen, ich hasse Mountainbikes am Berg. Ich hasse Leute, die mit dem Fahrrad in die Berge fahren. Fahrräder haben dort nichts verloren. Meist sind die Argumente dafür sehr persönliche, denn sie wollen nicht, dass sie in Gefahr gebracht werden durch ein Mountainbike. Sie wollen nicht, dass sie in Gefahr gebracht werden durch Leute, die ihre eigenen Fähigkeiten nicht richtig einschätzen können mit dem Fahrrad. Und ich in Innsbruck hier, ich spreche hier definitiv aus Erfahrung mit Mountainbikern, denn gerade in der Nordkette sind so viele Mountainbiker unterwegs, wie man es sich kaum vorstellen kann. Die Infrastruktur in Innsbruck wurde dementsprechend mehr oder weniger auch darauf ausgelegt. Die Forststraßen zu den Hütten sind so breit und so gut ausgebaut, dass im Prinzip auch ein Citybike da mittlerweile hochkommen würde. Und die Mountainbiker haben eigens ausgewiesene Strecken, die sie befahren können. Die Praxis sieht leider so aus, dass die Mountainbiker sich nicht immer an diese Vorgaben halten. Eigentlich haben die Mountainbiker abseits der Single Trails nichts auf den Wanderwegen verloren. Das sagen auch viele Leute aus den alpinen Vereinen, die sich immer wieder dazu äußern. Und dem stimme ich grundsätzlich zu. Auf einem Wanderweg ist ein Mountainbike, aber ein Fahrrad ganz allgemein betrachtet, ob E-Bike oder nicht, ist vollkommen zweitrangig, nicht erwünscht von niemandem. Der Fahrradfahrer macht das deshalb, weil die Single Trails in der Regel irgendwann langweilig werden. Und gerade wenn man in der Nähe eines Mountainbike-Gebiets wohnt, dann sind immer die gleichen Strecken natürlich irgendwann langweilig. Die Folge dessen ist, dass gerade, leider jüngere, Mountainbike-Fahrer sich dann auf zwei Arten von Mountainbiking fixieren. Und beide sind problematisch. Erstens, man konzentriert sich auf die Wanderwege. Die sind natürlich gefährlich, einerseits für die Wanderer, denn die können nichts dafür, dass jemand rücksichtslos ist und Wege befährt, die er nicht befahren sollte. Aber andererseits natürlich auch für die Mountainbiker, da diese Strecken nicht so ausgelegt sind, dass sie im Fall eines Sturzes beispielsweise definitiv sicher sind. Es kann hier dann durchaus passieren, dass ein Mountainbiker auch tödlich verunglückt. Und auch das ist schon passiert. In diesem Sinne kann man sagen, dass das eine blöde Option ist. Aber die noch viel blödere Option meiner Meinung nach ist es, dann auf die Wege komplett zu pfeifen und sich quer durch den Wald irgendwo eine eigene Line zu ziehen. Das ist nämlich nicht nur gefährlich für Leute, die vielleicht auf querenden Wegen unterwegs sind, das ist auch nicht nur gefährlich für den Mountainbiker, der vielleicht im nächsten Baum kleben bleibt. Und das ist nämlich nicht nur gefährlich für die Natur und für den Waldboden, sondern es ist auch sehr gefährlich für die Tierwelt. Die Tierwelt lebt vor allen Dingen von der Ruhe, die wir Wanderer ihnen in den letzten Jahrzehnten irgendwo noch gegeben haben. Und für das Wild wird es in den letzten Jahren auch immer schwieriger, sich vernünftige Rückzugsgebiete zu finden. Leider wird das oftmals von Mountainbikern, aber natürlich auch von Wanderern nicht berücksichtigt. Ein Wanderer jedoch geht selten ins weglose Gelände, irgendwo mitten im Wald querfeldein nach oben. Das macht einfach auch relativ wenig Sinn, wenn irgendwo ein vernünftig ausgelegter Weg verläuft, dem man folgen kann, der dann letztlich ans gleiche Ziel führt. Die Hemmschwelle ist also größer, vor allen Dingen deshalb, weil der Nutzen einfach nicht wirklich vorhanden ist. Die Frage ist nun also, was treibt den Mountainbiker an? Naja, ein Mountainbiker, der querfeldein durch den Wald fährt oder den Berg hinabfährt, den treibt in erster Linie die Spannung des Abenteuer und die Action an. Und da sind wir meiner Meinung nach bei einem Verständnisproblem. Denn der Mountainbiker betrachtet den Berg als Vergnügungspark und der Wanderer tut das in aller Regel nicht, wenn man von den touristischen Abenteurern in den Alpen mal absehen möchte, die ja sowieso mit der Seilbahn irgendwo rauf fahren oder in den Skigebieten irgendwo unterwegs sind. In diesem Sinne sollte man aber auch anerkennen, dass der Mountainbiker definitiv für viele Leute ein Dorn im Auge wird. Denn Abenteurer und Actionsucher, die sind in den Bergen nicht immer und überall erwünscht. Deshalb sollte man hier jetzt also einen Platz für Diskussionen lassen. Das Problem ist aber natürlich, dass wir hier verhärtete Fronten haben. Denn der Mountainbiker sieht nicht ein, warum er auf seine eigenen Trails verzichten sollte, nur weil ein paar Wanderer irgendwo unterwegs sind. Andererseits sieht der Wanderer nicht ein, warum die neue Modeerscheinung Mountainbiking hier jetzt plötzlich einen Platz braucht. Mountainbiken ist unter gewissen Umständen natürlich einfach nur eine Art, die Berge zu besuchen. Man fährt eine Straße oder einen Forstweg oder einen Trail rauf und fährt den nächsten Single-Trail dann irgendwo eben wieder runter. Es macht im Prinzip nicht viel Unterschied zum normalen Bergwandern, wenn es in dieser Form denn ausgeübt wird. Und ob es in dieser Form ausgeübt wird, hängt natürlich von dem Individuum ab, das auf dem Fahrradsattel sitzt. Und das ist, ja, schwierig zu betrachten, denn viele Leute, die heute mit dem Mountainbiken beginnen, sind jung. Und das muss man der Jugend auch irgendwo zusprechen, dass sie ihre Action und ihr Abenteuer suchen dürfen, können und sollen. Und ich höre mich jetzt zwar an hier wie ein alter Greis, aber ich kann das natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Beim Bergwandern ist die Szene doch deutlich durchmischter. Beim Bergwandern haben wir die alten Hasen, da haben wir so die mittlere Generation, die gerne mal ein paar Ausflüge machen wollen und die Jungen, die abenteuerlustigen, die aber dann gerne mal auch von den alten Hasen an die Leine genommen werden. Mountainbiking ist so jung, urban und cool, dass es da relativ wenig Regulierung bis heute gibt. Das Problem ist aber letztlich der Konflikt zwischen den beiden Parteien. Immer wieder eskalieren Streitereien. Immer wieder gibt es Unfälle zwischen Mountainbikern und Wanderern. Immer wieder hört man in den Nachrichten davon, dass manche Wege nun für Mountainbikes gesperrt werden. Ich persönlich muss sagen, dass auch ich hier in der Gegend schon diverse gesperrte Wege gesehen habe und hier auf die Regeln einfach geschissen wird. Ich möchte diese Beispiele aber nicht als typisches Bild des Mountainbikers in den Ring werfen, sondern ich möchte in erster Linie aufzeigen, dass wir es hier mit einem Konflikt zu tun haben, der wahrscheinlich nicht so einfach zu lösen sein wird, weil hier einfach zwei verschiedene Interessen unterwegs sind, bei denen ich keine als die bessere und die schlechtere Variante des Bergsports betrachten möchte. Ich will aber trotzdem irgendwo auch eine persönliche Note und eine persönliche Meinung nun hier reinbringen. Ich habe jetzt in den letzten 20 Minuten versucht, möglichst neutral an dieses Thema heranzugehen, aber trotzdem ist es mir wichtig, auch hier meinen Standpunkt etwas zu verdeutlichen. Mountainbiking ist für mich kein interessanter Sport, aber ich verstehe die Leute, die es interessant finden. Das Problem ist, dass alle immer für die schwarzen Schafe gerade stehen müssen. Das ist aber nicht nur beim Mountainbiking so und da braucht sich niemand beleidigt oder benachteiligt fühlen, das ist bei den Bergsteigern nichts anderes. Die Leute, die ihren Müll hinterlassen und die Leute, die respektlos am Berg sind, die sind genauso ein Teil der großen Masse und wenn in den Zeitungen über die bösen Bergsteiger hergezogen wird, dann sind da schon wieder alle gemeint, obwohl es nicht alle betrifft. Genauso ist es mit Leuten, die ihren Hund mit in die Berge nehmen. Da gibt es 99%, die sind sehr rücksichtsvoll und passen gut auf ihren Hund auf und kümmern sich darum, dass der Hund auch keinen Scheiß baut, aber am Ende des Tages gibt es dann eben diese 1%, die sich rücksichtslos verhalten und die für Probleme sorgen und dann landen eben wieder alle Hundehalter am Berg. Letztlich in den Nachrichten. Das ist also das Problem. Wir müssen also immer irgendwie damit leben, dass wir Guten, unter Anführungszeichen, für die anderen, die Bösen, wenn man das jetzt so ganz plakativ darstellen möchte, auch den Schädel hinhalten müssen und das ist in diesem Fall auch so und deswegen darf sich niemand beleidigt fühlen, wenn ich jetzt hier sagen muss, ja, die Mountainbiker sind durchaus ein Problem in den Bergen, zumindest wenn der Zustrom so weitergeht. Denn tatsächlich hätte man vor 20 Jahren noch nicht gedacht, dass es irgendwann ein Platzproblem in den Bergen geben wird und dass die Leute in den Alpen zusammenrücken müssen, damit noch genug Platz da ist. Ich sehe hier wieder das gleiche Problem wie mit dem Tourismus. Ein Bergsteiger kann natürlich sagen, dass er einfach die Wege des Touristen nicht verwendet und auf die Berge geht, auf die der Tourist sowieso nicht raufkommt. Das Thema hatten wir schon mal. Die Sache ist aber, dass das meiner Meinung nach kein gutes Argument ist. Denn ich möchte als Bergsteiger mich trotzdem immer noch frei entscheiden, wo ich unterwegs sein will, ohne mich von irgendeiner anderen Partei gestört fühlen zu müssen. Nicht, weil ich ein Vorrecht auf die Berge habe, sondern weil ich ein Vorrecht darauf habe, meine Freizeit so zu erleben und vielleicht auch in der Nähe meines Heimatorts so zu erleben, wie ich mir das vorstelle. Und wenn neue Parteien aufgrund der Tatsache, dass es von einer Industrie so hochgebauscht wird, dieses Thema, da jetzt mitspielen und plötzlich Stress machen, dann ist das natürlich ungut. Und das ist dann vollkommen egal, ob das der Tourist ist oder ob das der Mountainbiker ist. In diesem Sinne finde ich, dass es beispielsweise in der Nordkette hier in Innsbruck in den letzten Jahren deutlich unruhiger wurde. Und das persönlich ist störend. Ich finde nicht, dass Mountainbiker nicht ein Recht darauf haben sollten, in den Bergen unterwegs zu sein. Ich finde es nur schade, dass es diese Entwicklung gibt, denn es ist unruhiger geworden. Man ist angespannter, wenn man in der Gegend unterwegs ist. Aber vielleicht ist das natürlich auch nur eine persönliche Macke von mir und es trifft vielleicht auch nicht jeden. Aber mich persönlich schon. Ich bin jemand, der dann angespannt in den Bergen unterwegs ist, weil er nicht weiß, ob hinter der nächsten Kurve nicht vielleicht ein Mountainbiker mit viel zu hoher Geschwindigkeit daher geheizt kommt. Und deshalb möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal auf den letzten und meiner Meinung nach wichtigsten Punkt zu sprechen kommen, die Geschwindigkeit. Und das hängt meiner Meinung nach auch ganz stark mit den E-Bikes zusammen. E-Bikes sind konstruiert wie ein Panzer, was Bremsen und Beschleunigung betrifft, aber haben trotzdem einen Fahrer drauf sitzen, der aufgrund der fehlenden Schutzmechanismen so empfindlich ist wie ein Fußgänger. Wenn dieser mobile Fußgänger nun mit 40 kmh den Berg runterrollt und irgendwo verkantet sich ein Stein in den Speichen oder irgendwo ist plötzlich ein Wanderer, mit dem man nicht gerechnet hat, dann führt das zu einem wahnsinnig schweren Unfall. Und das muss meiner Meinung nach nicht sein. Das Problem ist, dass diese Geschwindigkeit ja nicht aufgrund des Fahrrads zustande kommt, sondern aufgrund des Kopfs, der dahinter sitzt. Das Fahrrad, es wird nur so schnell, wie der Fahrer es zulässt, dass es wird. Und in dem Sinne kann man nicht dem Fahrrad vorwerfen oder dem Mountainbiking als Sport, dass es hier so problematische Situationen manchmal am Berg gibt. Nein, im Gegenteil. Ich finde, man kann es viel eher den Menschen vorwerfen, die sich so verhalten. Ich glaube aber auch, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist, wie sie sich in den Bergen bewegen, wie schnell sie sind, wie gefährlich sie unterwegs sind. Und gerade auf den hochfrequentierten Wanderwegen, auf denen dann hin und wieder auch ein Mountainbiker runterbrettert, ist das meiner Meinung nach wahnsinnig gefährlich. Jetzt muss man aber auf der einen Seite, wo man die, ja, wo man die Rücksichtslosigkeit, aber auch dieses Fehlverhalten der Mountainbiker kritisiert, vielleicht auch nochmal kurz die andere Seite beleuchten und drüber reden, wie unglaublich bescheuert die Reaktionen der anderen Seite sind, wenn es um das Thema Mountainbiking geht. Grundsätzlich bin ich immer dafür, dass es einen Diskurs gibt über positive und negative Entwicklungen in den Bergen. Und das hängt nicht nur mit dem Bergsport offensichtlich zusammen, sondern auch mit anderen Disziplinen wie dem Skifahren oder vielleicht auch eben mit dem Mountainbiking. Wo Diskurs aber endet, ist immer da, wo Leute in Gefahr gebracht werden oder sich Leute unwohl fühlen müssen, nur weil eine andere Partei existiert. Und in diesem Fall sind das Förster, Jäger, Wegeerhalter und Leute, die persönliche Fäden mit dem Mountainbiking austragen möchten. Und ganz konkret möchte ich da auf schwere, lebensgefährliche Körperverletzungen hinweisen, die sich insofern manifestiert, als dass diese Leute Drähte zwischen Bäumen spannen, sodass die Mountainbiker dann extrem, extrem gefährliche Unfälle bauen. Und gerade hier hört für mich auch jegliches Verständnis auf, dass Kritiker irgendwo noch einen Platz in der Debatte haben sollten, wenn diese Kritiker sich mit diesen Maßnahmen wehren. Ich verstehe, dass es ein gewisses Interesse daran gibt, sich gegen etwas zu wehren, wo es einfach irgendwie keine Regulierung und keinen Widerstand gibt. Aber mit Körperverletzung ist das definitiv kein Weg, mit dem man irgendwo hinkommt, wo es konstruktiv ist und wo man eine vernünftige Debatte führen kann. Egal in was für einem Bereich. Das ist genauso unproduktiv, wie wenn man eine Seilbahn anzünden würde. Es ist auch genauso unproduktiv, wie wenn man jetzt zu irgendeinem namhaften Sportartikelhersteller fährt und dort die Zentrale in die Luft jagt. Das hat immer noch keinen vernünftigen, nachhaltigen Effekt auf irgendwas. Das Individuum leidet darunter, aber nicht das System, das dahinter steckt. In diesem Sinne ist das natürlich ein vollkommen falsches Verhalten und das möchte ich hier absolut nicht begrüßen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch die heutige Episode etwas mitgeben konnte. Ich hoffe vor allen Dingen, dass ich euch zum Nachdenken über dieses Thema anstoßen konnte. Falls ja, freue ich mich natürlich wie immer über einen konstruktiven Diskurs in den Kommentaren und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Zeit und bergheil.